Herzlich willkommen, Leute. Es ist Kriegszeit am Donnerstagabend. Ja, wir schaffen es direkt, diesen unfassbar geilen Rush-Krieg uns anzugucken. Wir haben wieder unfassbare Piss-off-Defensiven, die wir angreifen. Und ob es gut geht oder nicht, das sehen wir, wenn das Licht angeht. Ach, was ist ich? Nach dem Würfel. Los jetzt. Oh, das war falsch. Hier wollte ich gar nicht sein. Da wollte ich sein. Manchmal ist es komisch, wahr? Da macht der Fuß, was er will. Ja, ganz verrückt. Ganz verrückt. Ich habe ja, weißt du, ich habe unter dem Tisch so ein, man kann nicht klicken. Verstehst du? Habe ich verkackt. So, ist nicht so schlimm. Reingeht's, wir spielen gegen Singapur-Nomad-Buja. Ich glaube, wir haben gegen Buja schon gespielt. Ich glaube, die nennen sich vorne immer hier regelmäßig, seht ihr meine Mauts? Die nennen sich hier vorne, glaube ich, immer regelmäßig um. Auf jeden Fall dieses Buja, kommt mir sehr bekannt vor. Ja, es ist Rush, es ist frühmorgens gewesen. Und wir ziehen uns das rein. Gegner hat 77 Angriffe noch. Liegt aktuell 1500 Punkte vorne. Das ist satt. Und wir haben 102. Ja, also keine 30. Das heißt, es sieht nicht so gut aus. Ja, machen wir es mal so. Es sieht nicht so gut aus. Aber hey, ja, was soll der Geiz? So, ich bin mal hier ein bisschen am Checkety-Check machen. Ja, was ich denn so angreifen könnte. Ihr seht, es ist relativ viel Grimmstahl als Tank, Vivica und Nautica. Also alles so Helden, die ich nicht so mag. Ja, muss ich einfach so sagen. Alles Helden, die ich nicht so mag. Fatih muss noch überlegen. So, Gegner-Check. Gelb passt da eigentlich nicht unbedingt rein. Wegen der Schimmelschuppe, die da vorne steht. Und ich weiß, der heißt anders, aber für mich ist der Schimmelschuppe. Genauso mit der Eule. Die Eule tut normal gelben Helden am meisten weh. Okay, aber ich hab's gefühlt, verstehst du? Ich hab's gefühlt. Und ja, es ist nicht 3-1-1 oder sowas. Es ist halt ein klassisches 3-2 mit meinem klassischen Team, was ich mag. Und ja, das ist halt so. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Wenn die Steine kommen, alles cool. Wenn sie nicht kommen, am Arsch. Oh, mein Stuhl hat gequeached. Kaffee, habt's nicht gehört. Witty-witty-scratch. So, was ist jetzt hier? Komm, mehre dich aus. War furchtbar. So, jetzt guckt der Onkel sich nochmal an, dass tatsächlich die Eulen gegen Gelb mehr Schaden machen. Wer hätt's gedacht? Und dann geht das rein. Dann geht's einfach rein. Ja, no risk, no fun. Ja, immer wieder kontrollieren, ob auch anders. Das ist Startboard-Kontrolle. Bob. Was willst du sagen? Gelber Diamant. Rotes Match. Wir könnten Gelb auch als Dreier-Kombo spielen. Entweder hier. Oder so rüber. Oder so rüber. Oder so hoch. Weil entscheidend ist ja, na klar, wir kriegen hier 5 Steine und einen Diamant. Aber, wenn wir den Diamant, also 5 Steine reichen nicht, um die Helden anzukriegen. Also müssten wir danach definitiv den Diamant poppen und verschenken natürlich einiges. Muss man so sagen. Ja. Weil wir werden nicht nur einmal Special-Auslösung brauchen. Wir brauchen mehr, um die zu besiegen. Ne. Von daher. Mann, ey. Dass immer dieses Ding da wieder hochfährt, ist ja ätzend. Ja. Von daher glaube ich, mich erinnern zu können, ist ja noch nicht ganz so lange her. Dass ich, ähm, ja. Ähm. Das sind zwei Dreier-Kombo-Spiele. Glaube ich. Katsache. Und ich hab mich für die Variante entschieden, weil ich halt gehofft habe, dass vielleicht unten noch gelb nachrutscht. Passiert jetzt nicht wirklich. Ähm. Ja. Aber erstmal, wir haben erstmal was an. So. Ich entscheide mich für die linke Seite, weil die Eule ist schon hart getroffen. Dunkelfeder auch. Und lebe in der Hoffnung, dass die sterben. So. Das sieht ja erstmal schon gar nicht mal so schlecht aus. Ne. Problem, Dunkelfeder lebt noch. Was jetzt erstmal per se nicht der Drama ist, aber. Hm. So. Das ist natürlich blöd, weil das der Hamel auslöst. Das war jetzt nicht unbedingt der Plan. Ja. Aber Dunkelfeder ist down. Die Kaskade kommt. Alles ist an. Was willst du sagen? Ja. Und ich weiß, ich hätte Hartor erst spielen sollen, nachdem ich alle ausgelöst habe, damit, falls der Mana-Schub kommt, ich das Mana auf die Helden kriege. Alles richtig. Aber es waren ja alle an und es war abzusehen, dass auch alle sterben werden. Ja. So. Also das hat schon mal gut geklappt. Ja. War natürlich jetzt nicht der High-End-Gegner per se, aber man darf immer nicht vergessen, im Rush ist es ja sowieso so, dass, äh, ja wie soll ich sagen, ähm, man sich nicht vertun darf, was da steht. Ja. Kriegst du keine Steine, ist der Drops gelutscht. Dann ist es El Ucci. So, wir checken mal. Also sie heilt vorne. Ähm. Was sie macht, was sie macht, weiß ich gerade gar nicht. Ja, und ansonsten, es sind halt zwei Rote da. Scheiße ist, wenn der Weihnachtsmann auslöst und die hinterher hier, das ist dann blöd, das tut dann schon weh. Ähm. Bin aber davon ausgegangen, okay, gehen wir mit Blau. Das große Problem ist, ich weiß, dass danach, oder wusste zu dem Zeitpunkt, dass danach fast nur noch Tanks stehen, die ich nicht mag. Äh, und zum Beispiel gegen Vivica vorne, macht einfach dieses Team hier zum Beispiel in Blau überhaupt keinen Sinn. Weil du kannst Quinten nicht auf Vivica spielen, weil in der Regel widerstanden wird. Du kannst mit Bubbles nicht blocken, weil in der Regel widerstanden wird. Also, hab ich mir gedacht, gut, das Team ist an sich immer, äh, also die blaue Konstellation an sich immer ganz dufte. Von daher, komm, Alter, mach es. Tu es. Ja, tu es bei diesem Gegner. 6-1 gegen 6-1, aber hat halt im Rush nichts zu bedeuten, ne? Ja, Leonida ist einfach, weil er ordentlich auf die Fresse haut und Vivica zum Heilen. So, Startboard-Kontrolle. Ähm. Ja, so mittel, ne? Also erstmal, klar, wir haben hier ein blaues Match, was in lila gehen würde. Heißt also, viel Alarm in Thalassia vorne rein. Thalassia, Thalassi, äh, in die blaue. Ne? So, man könnte ja auch hier das blaue spielen, der rutscht ja einen hoch hier und man hätte vielleicht die Chance, dass hier unten noch einer nachrutscht, sodass man eine zweite blaue Match bekommt. Wäre natürlich ideal. Gelb brauchen wir uns nicht angucken, ist einmal für den Arsch. Also wir könnten hier rot spielen, dann haben wir danach ein gelbes Match, aber spielen wir hier rot, ist der blaue zu weit oben und wir versauen uns das. Schwierig. Schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Also die Variante, viel Bordbewegung, blau kommt nach, super Geschichte, sie löst aus, nicht so coole Geschichte, weil jetzt alle schon Überheilung. Und vor allem immun gegen Quinten und gegen Bubbles. Ich entscheide mich dann dafür, dass ich sie in der Mitte einfach wegdrösche, damit ich einfach eine Lücke bekomme. Ja, das ist die Idee. Hat Mittel gut geklappt, würde ich behaupten. Gelb baut sich auf, ne? Die Alte löst aus, da kommen wir nicht drum rum. Ja, nicht so cool, haben Blenden drauf, ist auch nicht so cool. Leonidas ist am Start. Schafft er? Schafft er, 2156, Leo haut richtig in die Fresse. Ja. 200 Schild runter von Sprühregen hat geholfen, mega. So, die da hinten peilen wir an, warum auch nicht. Hat geklappt, obwohl wir Blenden drauf haben, läuft. Ah, ich entscheide mich für einen Weihnachtsmann. Hab Blenden drauf, verfehlt. Irgendwann muss das ja kommen. Aber zu dem Zeitpunkt, muss man auch sagen, sieht schon sehr gut aus, ne? Wir haben noch Gelb am Start. Was war, was wir jetzt auch zünden. Ja, Leonidas mit 5er Truppe ist sehr unbeeindruckt von dem, was da auf ihn zukam. Also das passt auf jeden Fall. Da ist der Minion kleiner, also hau ich da drauf. 1800 Schaden, kann man mit Leben auf jeden Fall. Ich hatte gehofft, dass ich blau ghosten kann, weil sie stirbt, aber geht auch so, ne? Geht auch so. Bubbles hat noch Blenden drauf. Genauso wie Grühregen lief aber. Lief gut. Waren jetzt nicht die maximalen Punkte, aber erstmal, man muss ja auch reinkommen, weißt du? Man muss ja auch reinkommen. Es wird ein bisschen geschaut und ihr seht schon, jetzt ist es ein bisschen schwieriger, ne? Auch Tang Sang als Tank da oben, finde ich sehr unangenehm. Ja, auch Johnny Big Nuts auf der linken Seite jetzt, ist auch, also jetzt mittig, auch gemein, ja? Na, äh, Nautica, Ferdinand daneben und Herrin vom See. Das ist halt, ähm, gucken wir mal, was macht der Gegner? Also Nautica, na, Forzes, zwei Blaue am Start, die hauen und Magni der haut. Eine Fünfer Truppe, ist erstmal gut. Also, genau mein Ding, ja? Genau mein Ding. So, ich hab mich dann für Fog entschieden, weil Forzes mit dabei ist. Das sollte, ähm, sollte Grün kommen, relativ zügig, dass ich Forzes quasi, äh, sein Boni weg, schnabulieren kann. Das ist die Idee. Ludwig ist klar. Was der machen soll. Jetzt brauchen wir noch irgendwie Heilung. Grübel, grübel. Grübel, grübel. Grübel, grübel. Grübel, grübel. Grübel, grübel. So, und da muss ich mal sagen, da, glaube ich, ist, das ist, glaube ich, falsch, was ich tue. Jetzt mal unabhängig davon, ob das gleich gut geht oder nicht. Ja, wir haben ja mit Ludwig einen Spotter drin. Das heißt, der Spotter, in der Hoffnung, dass du Lila anbekommst, kriegt konstant in die Fresse. Und dann nehmen wir Ferdinand mit, der Heilung über Zeit macht. Ich glaube, das, das passt nicht zusammen. Also, das ist, glaube ich, ein, ein taktischer Fehler, weil wenn er jetzt ein oder zwei Dinger fängt und die sogar verdaut, dann brauchst du einen Heiler, der ihm sofort wieder Leben gibt, damit er die Nächsten einstecken kann und nicht einen, der über Zeit ihn jetzt ganz langsam pimpt. Weil er soll ja ein, zwei Dinger naschen und dann musst du ihn wieder hochheilen, weil sonst ist er tot. Also, das, glaube ich, egal wie es jetzt läuft, dass das ein Fehler ist. Also, wer Ludwig oder Krampus oder irgendeine Spotter hat, der sollte vermeiden, dass, schlicht untergreifend, man mit Heilung über Zeit geht. Das macht keinen Sinn. Startbordkontrolle. Grün, 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 blüht der Enzian. Ne, das war was anderes gewesen. Ach, sehr geil. Okay, wir haben grün. Also, wir haben hier grün. Geht aber in blauen Forzes. Nicht so cool. Wir haben hier eine Bombe in grün. Oder wir können hier grün spielen und der grüne rutscht nach hier oben. Ja. Also, egal wie es jetzt aussieht. Wir könnten natürlich auch grün in Irrwitzhammer spielen. Auch das würde gehen. Dann sparen wir uns die blauen Steine da unten rein. Ansonsten, gelb ist nicht wirklich da. Lila auch noch nicht wirklich präsent. Ja. Aber zumindest mal grün. Okay. Wir probieren die Variante. Und probieren die. So, die Kombo, die jetzt gerade in sich insgesamt da reinballert, muss man ganz klar sagen, die hätte es jetzt nicht gebraucht. Ich wäre natürlich um das Risiko drumherum gekommen, wenn ich in Irrwitzhammer reingespielt hätte. Weil das Nautica jetzt auslöst, ist natürlich das, was wir jetzt nicht unbedingt wollten. Das ist nicht cool. Weil wir sehen auch gleich, warum. Nautica ist gefühlt voll. Ist einfach mal voll. Ja. Nautica war tot und ist voll. Das ist unfassbar. Ja. Forzas kriegt den Mana-Schub, logisch. Und löst dem zufolge aus. Wir können mit Fock das wegmachen. Das ist erstmal grundsätzlich gut. Man hat hinterher und dann ihn drauf. Weil wir haben ja noch grün. So, Ludwig fängt sich den. Und wir sind wieder online. So, aktuell sieht noch alles im Plan aus. Würde ich mal behaupten. Ja. Wir gehen auf Irrwitzhammer. Weg. Ich dachte, dass der bei den lilanen Steinen, der rote Jogi, dass der stirbt. Aber hat nicht geklappt. So, und jetzt ist das so ein bisschen, was ich meine. Wir haben jetzt, ich habe Ferdinand angekommen. Cool. Er ist noch am spotten. Auch cool. Aber er ist auch fast tot. Und jetzt gibt es Heilung über Zeit. Das ist scheiße. Jetzt hättest du einen Heiler gebraucht, der hochheilt. Weil, guck, er ist voll. Ja, er ist voll, der Magni. Und dementsprechend wird er das nicht verdauen. Gegen von aus. Okay, hat er geschafft. Aber schön ist trotzdem nicht. Da kann ich Ferdinand noch dreimal anmachen. Weil wir haben ja auch noch diese komischen Minions drauf. Nicht gut. So, Ferdinand ist weg. Ludwig ist auch weg. Und jetzt haben wir Stress, würde ich mal behaupten. Und rechts ist das Bord leer. Und wir haben diese komischen Affen-Minions oben drüber. Und wir brauchen grün. Wir haben noch diesen Ludwig-Special-Gedöns drauf. Ich bin jetzt aufgeregt. Ich weiß ja nicht mehr, wie es aussehen ist. Oh, Mahat weg und er auch weg. Boah. Aber hast du mal gesehen? Durch den unfassbaren Fehler, dass wir das einfach mal mit Heilung über Zeit gemacht haben. Das hätte voll in die Schlüpper gehen können. Das muss man echt mal so sagen. Das hätte voll in die Schlüpper gehen können. Also, drei Angriffe, drei One-Shots. Da kannst du dich erstmal nicht beschweren. Das ist alles gut. Jetzt wird es natürlich ein bisschen räudig. Na, na, na. Geh mal zurück hier. Mal kurz gucken. Ja. Weil, wieder Nautica. Das ist natürlich viel. Du hast Nautica. Er steht da draußen scheiße. Aber bei sehr schnell ist immer noch, wo du sagst, sehr unangenehm. Manaklau mit allem drum und dran. Ludwig ist der Spotter. Blöd. Und die gute Trine haut halt auch ordentlich rein. Also, schwerer Gegner. Aber es stand halt auch nix mehr. Was in Anführungsstrichen in leicht da war. Von daher musst du ja irgendwas nehmen. Ich bin mutig und will in Rot rein. Mit Rot rein. Also, Melendor, logisch, soll den Spott abwehren. Wächtergorilla soll den Spott auch wegmachen. Das ist die Idee. Und Kuschanku soll einfach stören. Wenn ich das jetzt so sehe, bin ich mir nicht sicher, ob das gut ist. Weil, ja, Kuschanku stört, aber er stört halt auch nur einen Helden. Wir haben einmal gelb hier. Damit machen wir uns aber das Rote hier kaputt. Könnten danach hier unten Rot spielen. Könnten aber auch Rot nach da spielen. Wir haben hier ein Grünes und hier unten ein Grünes. Das heißt also, wir kriegen Melendor auf jeden Fall aktuell an. Wir könnten auch hier Rot spielen, in der Hoffnung, dass von unten was nachrutscht. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn ich das jetzt so sehe, wäre hier am besten. Weil, wenn ich hier durchspiele Rot, könnte sich hier ein Roter hinsetzen oder dort. Also, ich habe zwei Möglichkeiten, wo ein Roter kommt, damit ich meine Roten geladen bekomme. Klingt für mich maximal plausibel. Ich spiele aber erstmal Grün. Und kriege dann Rot hinterher. Ja, und ob das jetzt clever war? Weil, man darf eins nicht vergessen. Ich habe jetzt gerade ihn ausgelöst, um Ludwig seinen Spott wegzumachen. Ich hatte vorher zwei Züge gespielt. Das heißt, Ludwig hätte den Spott nur noch einen Zug gemacht. Und ich habe ihn überhaupt nicht getriggert. Also, den hätte ich mir auch sparen können. Weil Heilung wäre nicht notwendig gewesen. Und ich hätte zumindest dieses Ausweichen von Nautica zum Beispiel wegbekommen. Nichtsdestotrotz sieht das schon kacke aus jetzt, ne? Weil, er löst halt aus. Und wenn Nautica auslöst, ist es halt echt scheiße. So, und jetzt hätte ich warten können, weil Ludwig kriegt ja den Mana-Boost, löst jetzt aus. Und jetzt hätte ich den Melendor gebraucht. Das war zu früh. Ich clean das jetzt quasi mit Gorilla, aber habe natürlich die Situation, dass jetzt alle möglichen Leute gleich voll auf mich einschlagen werden, was mega kacke ist. Sie haben eine Menge Rot unten noch zu liegen, aber das sieht nicht gut aus. Weil da ist schon was tot. Und vor allem Nautica löst schon wieder aus, weil er hat ja quasi den Dampf von Ludwig. Und das ist halt echt kacke. So, seht ihr ja gar nicht unten, wie hier, ne? Was da los ist. Und man muss jetzt so sagen, wenn Nautica erstmal ins Rollen gekommen ist, dann ist es echt schwer. Dann ist es echt schwer. Zusätzlich mit dem Schutz und dem Mana-Boost von Ludwig ist das einfach scheiße. Ich weiß nicht, warum er das immer macht. Also, stopp, 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 stopp. Ich fliehe. So, warum fliege ich an der Stelle? Nautica hat einen Kratzer, er hat ein Monster-Ding, Überheilung, also drüber, drüber. Und jetzt ist das Problem, ich habe nichts. Ich habe kein Rot in irgendeiner Form, dass ich irgendwo noch Schaden machen könnte. Ich könnte natürlich Lila hier spielen, dann rutscht Rot hier nach oben und ich könnte ein rotes Match da rein spielen. Vorausgesetzt, dass ich überhaupt nochmal drankomme, weil Irwitzhammer ist gefühlt tot. Und Melendor ist auch tot und je nachdem, wo er dann hin zaubert, ist es halt vorbei. Ja, und ihn trigger ich definitiv damit. Und Nautica ist ja auch an. Das heißt also, den Schaden, den Nautica hier gefangen hat, der wäre dann weg und ich wäre tot. Es macht keinen Sinn, hier weiter zu spielen. Ähm, eventuell, ich bin mir nicht sicher, wir werden es nie herausfinden. Aber, ich glaube, wenn ich Melendor, jetzt wo ich mir das angucke, wenn ich Melendor aufgehoben hätte, dann hätte ich, ähm, das spielen können. Nautica hätte ausgelöst, hätte mir erstmal nichts getan. Ludwig hätte einen Zug später ausgelöst und jetzt hätte ich folgendes machen können. Ich hätte erst Melendor auslösen können, damit wäre der Spott von Ludwig weg gewesen. Und dann hätte ich den Gorilla auslösen können. Und damit wäre diese Mana-Beschleunigung von Nautica und von dem Grün hier hinten weg gewesen. Und ich glaube, dadurch, dass er unten rot nachgerutscht kam ein bisschen, hätte das der Schlüssel sein können. Hätte, hätte Fahrradkette, aber das wird ein bisschen analysieren auch und nicht einfach, ähm, ja, nicht einfach sagen, das ist so. So, Fatih schreibt noch ein bisschen. Power macht den Rest wahr. Ja, genau, oder Power ist da für Reste. Irgendwie so. Aber es war halt scheiße, ja. Das waren wenig Punkte, nämlich gar keine. Und das ist natürlich blöd. So, nächster Gegner, wieder Nautica. Äh, ja, mit Dunkelfeder, Zitrusholz, Garten und so eine Eule. Nah, hab ich grad vergessen. Egal. Egal, Egon. Egal. Und da ich ja ein krasser Mono-Spieler seit dem höchsten bin, gehen wir Mono. Ich habe einfach für Nautica nichts da. Das ist einfach das Problem. Ich habe nichts, um Nautica irgendwie gefährlich zu werden. So, Startbordkontrolle. Wir haben hier ein blaues Match. Wir erhalten hier die Viererbombe. Und dann hört's auch schon auf. Wir könnten natürlich hier eine rote Bombe spielen. Dann bleibt der blaue unten drunter liegen. Und hier hätten wir die Chance, dass blau nachkommt. Weil den blauen können wir ja immer noch spielen. Aber es ist natürlich viel, wie der Hätte-Hätte-Fahrrad-Kette. Ja, also, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Man geht auch mal weg, Alter. Immer diese Zeile unten, das nervt hart. Ich weiß tatsächlich nicht, was gleich passieren wird. Aha. Der Bomber. Reicht aber nicht. Ein paar kleine brauchen wir schon noch. Reicht immer noch nicht. Das wusste ich übrigens auch zu dem Zeitpunkt. So, mit den zwei blauen reicht's dann. Einer davon würde schon reichen. Problem. Nautica hat wieder ausgelöst. Garten darf das erste Mal. Und als nächstes kommt Dunkelfeder. Plus, dass die jetzt ja alle diesen Scheißdreck da drauf haben. Hier von wegen Weichhaut. Weichhaut. Und, was viel schlimmer eigentlich ist. Und das nervt halt auch wirklich übelst. Ja. Was halt übelst nervt. Ich will mal nochmal zurückgehen. Also, was zum Beispiel übelst nervt. Warte. Noch ein Stück zurück. So. Nee, warte. Da können wir uns gleich. So, was übelst nervt ist. Dunkelfeder löst aus und verpasst wieder allen Blenden. Es geht einem so auf den Sack. Nehmen wir an, wir hätten jetzt unten alle geladen. Und natürlich. Wir sehen das hier oben schon leicht im Bild angedeutet. Die haben teilweise doppelt die Überheilung. Aber Nautica zum Beispiel noch nicht, glaube ich. Du hast die Situation, dass du dir das Blenden definitiv nicht alle Angriffe durchkriegst. So, erster Hit von Dings. 700 noch was. Zweiter 600 noch was. 800 noch was. Nochmal 800 noch was. Es ist einfach ein Irrsinn, gegen diese Helden zu spielen. Sie haben natürlich auch nicht gelitten. Ich gehe raus. Ich gehe raus, weil es einfach vorbei ist. Wir gucken mal. Natürlich, wenn du mal guckst, hier, er lebt noch, er lebt auch noch, er auch noch. Wir haben hier 1400 Leben, 2000 und 1100. Na klar, könnte ich jetzt sagen, Mann, da riskieren wir nochmal richtig was. Was willst du denn riskieren? Spiele ich den hier in der Hoffnung, dass es blau nachrutscht, löst Garten aus, nimmt mir nochmal einen ganzen Arsch voll Leben weg. Ja, und viel schlimmer ist, es kommen ja jetzt die ganzen Autohits von Dunkelfeders Rotze. Und wenn du dann 700er, 800er Hits bekommst, es macht einfach keinen Sinn. Und Garten heilt halt noch, wenn er auslöst. Also, es ist kein Blau da. Mono ging einfach nicht auf. Ich könnte jetzt noch hier rumpillern, aber es macht keinen Sinn. Demzufolge entscheide ich mich zu fliehen. Das ist natürlich super, dass man da dann nochmal so einen richtig coolen Ein-Punkte-Hit holt. Richtig geil. Okay, dementsprechend war ich auch schon richtig angezickt beim letzten Angriff. Aber hey, es ist wie es ist. Es war der einzige, der noch stand. Und ich habe gesagt, ich probiere mal den aufzudröseln. Ist natürlich eine absolute Drecksau. Wir gucken uns den gleich nochmal an. So. Entschuldigung. Wieder eine Rauchen hier. Oh Mann, ey. Tut mir leid. Frosch im Hals. Äh, Mono. Warum Mono? Weil ich einfach nichts habe dafür. Ja. Äh, nichts ist schlimmer als... Also, ich finde jedenfalls diesen Vivica-Tank auch so mega ätzend. Ähm, das ist ätzend. Er hier ist auch mega ätzend. Also, probieren mit Gewalt. Und Gewalt heißt in dem Bereich Mono. Es ist schade. Dass man da angekommen ist. Aber ist halt so. So, Startwort-Analyse. Ein bisschen lila ist da, aber irgendwie nicht so richtig passend. Ne? Wir könnten hier grün in Vivica reinspielen. Und haben danach definitiv ein lilanes Match. Mehr aber auch nicht. Ähm, aber viel mehr sehe ich hier auch nicht. Also, hier kriege ich viel Bewegung rein. Aber das ist alles nicht schön. Ja? Nicht schön. Muss man einfach mal so sagen. Nicht schön. Aber das ist gut. Da kommt die Vierer-Bombe. Damit kriegen wir auf jeden Fall es hin, dass wir, ähm, alle einmal geladen haben. Unten rutscht ein bisschen lila nach. Das ist auch gut. Und na klar, sie widersteht, ne? Das steht außer Frage. Aber du musst ja irgendwie versuchen, auf sie zu gehen, ne? Aber wenn du mal guckst, es macht keinen Schaden. 297 Schaden von der Vivica, äh, von der Vivica, von der Satana im doppelten Kostüm. Das ist natürlich nichts. Damit gewinnst du keinen Blumentopf mehr, ne? Also, du brauchst auch dieses Mono-Spielchen nicht mehr tun, ja? Ich hab jetzt natürlich Glück, dass er sich massiv wegklatscht. Das ist super. Damit ist er erst mal weg. Also auch eine Idee, ne? Einfach mit dem Gegenschlag spielen. Ähm, es ist einfach sehr ärgerlich und, äh, sehr traurig, dass das so ist. So, sie spottet jetzt ein bisschen rum. Wir hauen drauf, weil wir haben sowieso keine Möglichkeit. ne? Ja? Jetzt ist das Schwierige, was machst du? Ja? Der andere Onkel heilt sowieso, Vivica auch, dann kannst du es auch machen und er da hinten darf ja auslösen und haut zumindest mal auf den Spott, den, äh, die er schon geklaut hat und tut sich mal selber weh. Und ja, das ist wieder alles weg, weil sich alle wieder hochheilen, aber noch sind wir im Rennen, muss man ja auch mal so sagen. Ja? Und dass dann natürlich sowas kommt. Ich meine, was soll das? Das ganze Board explodiert. Das ist das, was du in Russia nicht haben willst, dass wirklich das ganze Board explodiert. Ja? Und ja, wir hauen wieder auf dem Spott drauf, in der Hoffnung, dass da irgendwie Lilanes nachrutscht. Weil von der Sache her kann die Alte ja rumspotten, das ist mir egal. Ja, mittlerweile haben wir zwei Spotter, Oberkahn spottet auch schon mit. Aber wir kriegen halt unter dem gelben Hürste an der Seite keine Steine, das ist das große Problem. Ja? Das ist halt einfach massive Heilung. Und ich meine, die Eule war ja fast down, ne? Also wir haben die fast mit dem Gegenschlag auch wieder wegbekommen. Aber es sollte halt nicht sein. Und jetzt spielen wir da hinten noch rein, in der Hoffnung, dass der sich jetzt noch selber ordentlich eine gibt. Hat sich auch noch eine gegeben. Die spottet leider immer noch, also müssen wir da draufhauen. Stopp. Und dann kommt der Moment, wo ich sage, ich fliehe. Warte. So, das heißt, wir haben nochmal Schaden gemacht beim Spotter. Warum fliehe ich? Ich habe hier natürlich noch ein lila Match. Aber sie ist schon wieder an. Wenn sie auslöst, ist er hier hinten wieder voll und sie auch. Mein Heiler ist tot. Tugruk ist gefühlt so gut wie tot. Na klar habe ich noch die beiden Oberkahns. Aber du haust mit den beiden Oberkahns gegen die Heilung, die hier steht. Plus, dass sie ja auch noch Überheilung über Zeit gibt. Du haust die einfach, du haust die nicht weg. Er ist wieder voll, sie ist wieder voll und du wirst wieder gegen Mühlen kämpfen. Weil wenn ich das Ding gespielt habe, ist kein Lila mehr da. Und damit brauche ich so viele Züge, dass er auf jeden Fall auslösen darf und sie wahrscheinlich sogar noch ein zweites Mal. Es macht keinen Sinn. Du musst fliehen. Aus meiner Sicht, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, musst du fliehen. Du hast keine Chance mehr. Das Match ist vorbei. Auch wenn es doch Helden unten gibt, aber das Match ist vorbei. Boah, ich hoffe, ich tue das jetzt auch. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich da noch eine komische Idee hatte. Und dann ist mir eingefallen, Mensch, wir müssen ja mal gucken, wie viel wir hatten, damit das auch festgehalten ist. 152. Yippie-Jay-Schweinebacke. 152 Punkte. Wenn man sich überlegt, dass man die meisten Punkte in den ersten drei Angriffen geholt hat und danach, ich glaube, einmal 0 und einmal 1 und jetzt 12, dann ist das natürlich unterirdisch. Aber was soll ich sagen? Wir haben am Ende auch deutlich verloren. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Ich könnte nachgucken, aber ich habe keinen Bock. Ich glaube, weiß ich nicht, 5500 gegen 4400 oder sowas. Also deutlich verloren, muss man sagen. Es ist schwierig, wie ich mit meinen Helden gegen diese Defensiven und jetzt kann natürlich immer, jetzt können natürlich auch alle wieder sagen, Mensch, du musst cleaner sein. Ja, verstehe ich. Aber ich muss halt auch meine Angriffe irgendwann spielen. Und da habe ich nun mal nicht 24-Stunden-Zeitfenster, sondern nur ein begrenztes. Das ist halt leider so. Auch gerade, wenn man arbeiten geht und alles drum und dran und Kinder und bla. Ich will jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken, um Gottes Willen. Habe mir das selber ausgesucht. Aber sie mussten halt raus. Und vielleicht mit ein bisschen mehr Bordglück hätte es was werden können in den einen oder anderen Angriffen. Aber man muss einfach sagen, gegen die massive Heilung im Rush, wenn es so schnell kommt, da bin ich einfach nicht gewappnet für. Das muss man einfach so sagen. Von daher, Leute, das war der Krieg gewesen. Wenn es euch gefallen hat, haut gerne einen Daumen raus und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das heißt, es ist Kriegszeit. Bis dahin, macht's gut. Ciao.